Auch heuer der absolute Erfolg, das Robocamp der Salzburger für Kids und Jugendliche. Wir stellen Ihnen wieder einen interessanten Lehrberuf in der Salzburger G vor und diesmal haben wir den Schwerpunkt Sonnenstrom. Da geht es zum Beispiel um die Qualitätsunterschiede einer PV-Anlage und die Infos dazu, die liefern wir Ihnen in Kürze. Intensive Wochen an Ferienspaß liegen hinter uns. In Kooperation mit Alphason veranstaltete die Salzburger auch heuer wieder die sogenannten Robocamps für Kinder ab neun Jahre. Unter dem Motto IT begreifbar und greifbar machen, bauten 95 Kinder ihren eigenen Roboter. Es war so cool mit dem ganzen Kabel und das waren die Einzelteile und dann einfach alles dauert. Wenn die Jugend nicht mehr aus dem Schwärmen kommt, dann war das wieder das Sommerprogramm der Salzburger G. Die Robocamps für Kinder und Jugendliche sind Teil des Innovationsprogramms, bei der die digitale Kompetenz gefördert wird. Der Bedarf ist da und es geht auch irrsinnig viel weiter. Also die Kinder lernen da extrem viel und die haben direkt Spaß dran. Und das ist ja eigentlich das, warum wir das Robocamp machen. Wir wollen keine Experten erziehen, sondern wir wollen den Spaß fördern und den ersten Zugang so einfach und leicht gestalten wie möglich. Das ist das Ziel. Wir haben die Rookies besucht, die heuer eine Heuschrecke gebaut haben, die vorwärts, rückwärts und mit viel Fantasie auch tanzen kann. Die Robocamps fördern das mathematische und analytische Denken der Kinder. Etwas, was in der Schule oft zu kurz kommt. In der heutigen Zeit funktioniert fast nichts mehr ohne Software. Man hat es ja überall drin, ob das jetzt eine Rollo-Steuerung ist oder ein Auto oder irgendein Küchengerät. Das heißt, man ist ständig mit dem Handy oder mit Software konfrontiert. Das heißt, diese Grundbegriffe der Programmierung, das schadet keinem. Und das kann nicht früh genug dazu kommen, kann nicht früh genug gefunden werden für das. Und deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Und vor allem, die Kinder macht es Spaß sichtlich. Und warum soll man ihnen das verwehren, wenn es ihnen Spaß macht? Somit können die Robocamps den weiteren Weg der Kinder und Jugendlichen beeinflussen. Denn der Roboter wird von vorne bis hinten selbst gebaut und vor allem programmiert. Und meistens befolgt der Roboter auch das, was man ihm vorgibt. Ja, außer man programmiert es halt heusch. Außer man programmiert es um oder man hat einen Fehler drin. Was ist denn halt so? Und was mit dem Roboter, sprich mit der Heuschrecke zu Hause passiert, ist jetzt auch schon klar. Dem werden wir zu Hause ziemlich viel machen. Und vielleicht treffen wir uns dann auch und dann machen wir den Roboter-Kampf. Roboter-Rennen. Roboter-Kampf. Oder Rennen. Kampf. Rennen. Kampf. Rennen. Kampf. Rennen. Beides. Schaut nach ziemlich viel Spaß aus. Wir bleiben auch gleich bei der Jugend und kommen zu den Lehrberufen der Salzburger G. Im November 2019 wird wieder der Tag der Lehre stattfinden. Und bis dahin stellen wir Ihnen wieder interessante Lehrberufe vor. Heute sind wir in der Vogelweiderstraßen im technischen Service in der Lehrerstätte und werden uns anschauen, was unser Lehrling Hannes so am ganzen Tag tut, wie seine Erfahrungen sind in der Firma und wie es ihm so geht. Da ist er ja, der Hannes. Servus Hannes. Wie geht's dir? Gut. Was machst du da? Ich tue gerade die Plasmaschneideranlage programmieren. Aha. Und als Maschinenbautechniker bzw. Metalltechniker ist das deine Aufgabe? Ja, wir kriegen eine Einweisung und dann dürfen wir auf der Maschine arbeiten. Was gefällt dir bei deiner Arbeit? Dass ich was mit Metall zu tun habe und dass ich meine Ideen einbringen kann. Und generell mit einem guten Umgang mit den Mitarbeitern und mit den Lehrlingskollegen, das passt gut. Wie stößt dir deine Zukunft nach der Lehre vor? Nach meiner Lehre möchte ich die Nummer Dura fertig machen. Und dann dürfen wir einen Wunsch äußern, also wo man am liebsten arbeiten wird bei der Salzburger AG und ich hoffe, dass mein Wunsch zur Geltung kommt. Okay, danke dir. Wildbienen sterben da, Luftverschmutzung dort und Fliegen ist das Neurauchen. Wir steuern mehr und mehr Richtung Klimawandel und hinterlassen für unsere Kinder ein absolutes Chaos auf Erden. Wir waren jetzt aber dort, wo augenscheinlich noch alles heil ist, nämlich auf der Salzburger Schranne und haben dort die Salzburgerinnen und Salzburger gefragt, was sie persönlich für den Klimaschutz tun. Ich schaue, dass ich möglichst ein Verpackungsmaterial spare und schaue, dass ich, wenn ich nicht unbedingt fahren muss mit dem Auto, dass ich das irgendwie anders mache mit dem Radl oder Zugbahn, wie auch immer. Mülltrennen und schauen, dass ich möglichst viel mit dem Rad fahre, weniger mit dem Auto. Müllvermeidung, wo es halt geht. Früher bin ich gegangen mit den Duper-Schüsseln, aber das mögen sie ja überhaupt nicht mehr. Das ist wieder mehr zurückgegangen. Da war ja so eine Phase, wo das gut gegangen ist. Heute stampern sie die wieder weiter, das wollen sie nicht. Wir bauen Gemüse an, wir schauen, dass wir das gut und ökologisch anbauen, dass wir eine Kreislaufwirtschaft haben. Ich bemühe mich, dass ich so wenig wie möglich mit dem Auto fahre, viel mit dem Radl fahre, dann Sachen kaufe, also regionale Sachen kaufe, nicht im Winter Erdbeeren oder Himbeeren. Dass man hier keine Plastikbeutel hernimmt, dass man die weglässt und natürlich auch mit dem Strom her, dass man da ein bisschen spart, so weit wie es geht. Und damit sind wir auch schon beim Thema angelangt, denn wir hätten dann noch eine Idee, wie man einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Denn wer mit einer PV-Anlage selbst Strom produziert, tut nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern spart auf Dauer auch Geld. Für alle Eigenheimbesitzer bietet die Salzburger G die Sonnendach-Aktion mit eigenem Sonnendach-Rechten auf der Homepage an. Im ersten Schritt können sie damit die eigene PV-Anlage planen. Nach dem großen Interesse auf das 100-Dächer- und das 250-Dächer-Programm der Salzburger G in den vergangenen Jahren gibt es jetzt eine neue Aktion für die Errichtung von privaten PV-Anlagen. Der Salzburger G Sonnendach ist unser Angebot für Privatkunden, für Photovoltaik. Der Kunde kann wahlweise über sechs oder zwölf Jahren Laufzeit gegenüber einem monatlichen Pachtzins die Photovoltaikanlage von der Salzburger G pachten. Den Strom, den die PV-Anlage produziert, gehört den Kunden, kann er selber nutzen, spart er sich auf der Stromrechnung, den der Netz selber nutzt, der wird rückvergütet und ins Netz eingespeist. Für umweltbewusste Hausbesitzer steht eines fest, die eigene Energiegewinnung kann maßgeblich zum Umweltschutz beitragen. Die Anlagengröße liegt zwischen 2,4 und 5,4 kbp, wahlweise mit oder ohne Speicher. Der große Vorteil unseres Angebots ist, dass wir uns um alles kümmern, inklusive der Fördereinreichung. Die Anmeldung erfolgt über den Sonnendachrechner auf der Website der Salzburger G. Dort bekommt man schon im Vorfeld wertvolle Informationen zu Größe, Kosten und Nutzen. Für alle, die die Anschaffung eines Elektroautos planen oder bereits elektrisch fahren, ist eine hauseigene PV-Anlage besonders optimal. Auch hier können Sie auf die Beratung unserer Experten zurückgreifen. Wir bleiben auch gleich beim Thema. In drei Schritten Teil der Energiewende zu werden, ist also mit der Salzburger Sonnendachaktion möglich. Dabei kümmern wir uns um alles inklusive der Förderung. Und jetzt stellen wir uns noch die Frage, ob es bei den PV-Anlagen grundsätzlich Qualitätsunterschiede gibt. Natürlich gibt es auch bei Solar- und Photovoltaikanlagen Qualitätsunterschiede. Gute Solaranlagen bezeichnen sich durchaus durch eine Herstellergarantie von zumindest über 80 Prozent Stromertrag nach 25 Jahren oder einen Wechselrichter mit einem hohen Wirkungsgrad jenseits der 95 Prozent. Solche Aspekte sind hier also technisch festzumachen. Beim Bau und bei der Richtung ist zu beachten, dass die Anlage so gebaut wird, dass kein Schatten darauf fällt. Wenn Schatten unvermeidlich ist, dann Module mit Leistungsoptimierung. Das war das Salzburger G-Magazin und diesmal ging es verstärkt um die PV-Anlagen. Und wenn Sie bei Sonnenschein zufälligerweise unterwegs sind, dann haben wir jetzt einen besonderen Solarrucksack für Sie im Angebot. Einerseits liegt er voll im Trend und andererseits lädt Ihr Ihr Handy, die Kamera oder andere Geräte automatisch auf. Die Infos dazu wie gewohnt auf unserer Website www.salzburg-ag.at Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fliesst. Und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden. Und alles aus einer Hand. Salzburg AG. Wo Zukunft ins Leben kommt. punto alt. Was – derheure láb nach.